wo wir in ein verlorenes Jahrzehnt eintreten, in dem die Wirtschaft nicht zusammenbricht, sondern immer noch irgendwie vor sich hin tuckert mit einer neuen Wirtschaftstheorie. Oder schließlich ist dies vielleicht der Beginn eines neuen goldenen Zeitalters, in dem die moderne Geldtheorie tatsächlich funktioniert und wir in der Lage sind, die Regeln der Wirtschaft neu zu schreiben. Aber Sie sollten wissen, dass diejenigen, die die Geschichte nicht studieren, dazu verdammt sind, sie zu wiederholen. Und egal wie es ausgeht, es hat noch nie geschadet, vorzubeugen und sich Gedanken darüber zu machen, wie man sein Vermögen absichern kann. Klicken Sie auf den oberen Link, um sich den gesamten Beitrag anzuhören oder unseren neuesten Spezialreport mit dem Link darunter. Ihr Finance News Team